Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier bei mir. Und heute zeige ich euch mal Kaufland-Tippkick-Figuren und das ganze Zubehör. Ja, seit ein paar Tagen gibt es bei Kaufland hier diese Tippkick-Figuren. Ich habe hier bis jetzt, oder der gehört meinem Bruder, das ist das hier, Panama. Und mir gehört Brasilien. Die können hier halt so kicken. Genauso wie bei dem. Und in jeder Tüte ist auch ein so ein Ball drin. Man wählt beim Spiel halt eine Farbe und dann wirft man das so und dann guckt man, welche Farbe oben ist. In dem Fall schwarz, dann darf der, der halt gerade im schwarzen Team ist, kicken. Und wenn wieder schwarz oben ist, kann der nochmal kicken. Aber wenn, wie in dem Fall, weiß oben ist, kann natürlich der hier kicken, der andere. So. Zur Abwehr gibt es auch Torwerte. Die waren auch bei so einem, bei dem Set dabei, bei dem Fußballfeld mit zwei Toren und das Spielfeld hier halt. Und die können sich so zusatzschmeißen und damit das Tor beschützen. Man muss hier auf solche Knöpfe drücken. Hier, wenn er nach links fallen soll. Und hier, wenn er nach rechts fallen soll. Also hier ist es gerade nicht so gut ausgestellt. Aber bei dem Spielfeld stehen auch nochmal die Regeln dabei. Ist auch mit Anstoß und Abstoß und dem ganzen Kram halt. Und wie gesagt, hier, auf welcher Seite der Ball liegt. Und die Figuren gibt es für 40 Euro Einkaufswert im Kaufland. Sind zwar sehr klein, aber sie lohnen sich. Und das Feld kostet 9,99 Euro, glaube ich. Ja. So und das war es auch schon wieder mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Und Ciao. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Ciao.